Autounfälle passieren. In diesem Fall benötigst du nur einen Kontakt. Akram Hassan mit seiner besonderen Superheldenstärke. So Leute, willkommen bei K-Ways. Mein Name ist Kamal Aufs. Heute haben wir einen 240E gemacht mit 480 PS gegen einen M4 GTS, der unfassbar gut ist. Also richtig gut ist. Und ja, ich bin mal gespannt. Und, äh, mal sehen. Auf Wiedersehen. Ich bin mal gespannt. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Ich bin auch bereit. Oh mein Gott, wo kommt der denn? Wo kommt der denn? Oh mein Gott, wo kommt der denn? Oh mein Gott, wo kommt der denn? Alter, was ein kranker Start. Woher bist du denn gekommen? Ey, die Karre ist mega. Aber guck mal, wenn ich fliege danach, dann komme ich. Das ist krank. Ich habe nicht mal eine 200 gehabt. Unfassbar. Ihr habt es wahrscheinlich schon mitbekommen. Also krass. Also eine 200 hatte ich glaube ich nicht mal auf dem Tacho. Ich bin mal gespannt ey. So, das gleiche machen wir nochmal. Und ich bin mal sehr, sehr gespannt. Okay, ich bin bereit. Jalla. Oh man, der kommt trotzdem wieder. Oh man. nicht schlecht geworden muss ich ehrlich gestehen neu verliebt und dann geht es aber ich hatte 189 drauf als ich über den pin gefahren aber du bist trotzdem gekommen jetzt bin ich jetzt bin ich mal erst bin ich mal gespannt krass kranke kacke wow unfassbar ja 200 kriege ich nicht auf dem tacho so jetzt machen wir das mal roly 50 ich denke mal mit einem mal wird es gesagt sein wer hier an der vorderstelle steht ja 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 Keine Chance, keine Chance. Der kommt gut weg, der ist auch unfassbar schnell, aber ich hatte auch wieder keine 200 auf dem Tacho. Muss man einfach sagen, also der geht richtig gut, aber keine Chance, ob er ganz weit ist. So Leute, 240i gegen M4 GTS, wow, 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 wow. Kranker Wagen der GTS, muss ich wirklich gestehen, wie der von nach vorne geht, unfassbar. Ich habe mich echt verliebt, muss ich sagen, ohne Witz, richtig guter Wagen. Der natürlich auch, Alter, der geht so unfassbar nach vorne. Vom Start natürlich besser wegen dem Allrad, aber das ist auch natürlich eine richtige Ansage, was der hier fabriziert. Nichtsdestotrotz war das wieder ein spannendes Rennen für euch. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Das war Carys, meine lieben Freunde und wir sind fleißig wieder da und versuchen euch zu bedienen mit guten und vernünftigen Drag Races. Danke an meine Sponsoren, die an meiner Seite sind und bis bald.